Die ganze Woche über stellen wir Ihnen hier bei WDR 2 Hauptmusiker und Bands vor, die sich in der Regel selbst vermarkten im Netz oder auf Konzerten. Im Netz auf wdr2.de, da stellen wir Ihnen auch immer nochmal alle Bands und Songs vor. Da können Sie auch abstimmen für Ihren Szene-im-Westen-Wochen-Favoriten. Und immer montags kühlen wir hier den Wochengewinner. Letzte Woche waren zum Beispiel Urbis aus Recklinghausen dabei, Herr Tapete aus Hamm ist angetreten und die Band Miss Me on Friday aus Dortmund. Und gewonnen hat Urbis aus Recklinghausen. Eine Band rund um den Singer-Songwriter Christoph Urban macht seit 20 Jahren Songs, vor allem Feier- und Partysongs. Die Partysau zum Beispiel vom Urbis. Szene im Westen, Wochengewinner, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du hier bist, ey, ich freu mich wirklich riesig für dich, dass du diese Party hier erfährst. Denn hier wird so mancher und so einiges abgehen, deshalb setz dich nicht, bleib lieber gleich stehen. Schmeiß die Brocken weg und tanz dich in das Rappenlicht. Jeder wird dich sehen und verstehen, dass ohne dich hier nichts abgeht. Du bist die Partysau, du lässt hier heute alles raus. Du hast kein Problem, willst alle frei haben sehen. Das könnte der Hit auch auf ihrer nächsten Party werden. Partysau von Urbis aus Recklinghausen. Unser Wochengewinner in der Szene im Westen. Jochen Graf